hallo meine lieben im heutigen tutorial geht es darum wie verfasse ich eine textgebundene erörterung viele von euch kennen die erörterung vielleicht noch aus der mittel und unterstufe es geht darum dass man einen argumentativen text verfasst der verschiedene argumente und wenn möglich auch die eigene meinung enthält heute geht es um die textgebundene erörterung und wie genau die funktioniert das erzähle ich euch in 3 2 1 die textgebundene erörterung hat immer einen text einen argumentativen text und diese textgebundene erörterung schließt sich an die analyse eben dieses sachtextes an dazu gibt es ein eigenes tutorial das heißt auch analyse analyse eines argumentativen sachtextes wenn ihr da nicht mehr ganz sicher seid schaut euch auch gerne noch mal das an im anschluss daran folgt nämlich diese dieser erörterungsteil um den es jetzt gehen soll wichtig dabei ist dass es eine eigene argumentative auseinandersetzung mit dem thema des textes ist das heißt ihr habt im besten falle vorher die argumente des autors oder der autorin analysiert und jetzt geht es darum was sind denn eure eigenen argumente zu dieser these oder diesem thema und es ist auch wichtig dass ihr am ende ein eigenes urteil findet und das auch begründen könnt das heißt eure eigene meinung zu diesem thema sollte am ende auch transparent sein achtung es ist ganz wichtig dass ihr darauf achtet dass alles klar strukturiert ist ein klar strukturiert der text eure gedankengänge sollten klar sein strukturiert nachvollziehbar und schlüssig darauf solltet ihr ein bisschen achten und weil das relativ umfangreich ist habe ich euch das noch mal alles im einzelnen aufgelistet das heißt ihr fangt an mit der einleitung das ist nichts neues das heißt autor titel texte thema erscheinungsjahr erscheinungsort das was immer in die einleitung rein muss daran schließt sich der hauptteil an der hier erstmal analytisch geführt wird das heißt der text wird gut zusammengefasst wenn möglichst ein bisschen nach sinn abschnitten das macht es oft leichter dann wird analysiert wie ist denn die argumentation struktur des autors welche argumenten typen werden benutzt auch dazu gibt es ein eigenes tutorial wenn ihr da nicht mehr ganz sicher seid welche argument typen gibt es denn schaut euch das gerne an eine sprachliche analyse der auto die autorin wie hat er denn sprachlich versucht zu überzeugen und dann als punkt 4 im anschluss kommt eure eigene erörterung dieses kontroversen themas am schluss das könnt ihr auch gibt es ein kurzes fazit in dem noch mal klar wird was eure eigene meinung ist in denen ihr vielleicht einen bezug nehmen zur aktualität warum wird gerade jetzt dieses thema diskutiert welche relevanz in unserer gesellschaft das vielleicht und man darf auch einen appell an den leser oder die leserin stellen wenn man das am ende möchte genau so ich hoffe die wichtigsten fragen zu textgebundene erörterung konnte ich in diesem tutorial klären bis zum nächsten mal